Ja, mit Schwung aus dem Wochenende, was war alles los? Landesparteitag der SPD in Augsburg. Florian von Brunn wurde mit Ronja Enders zum Parteivorsitzenden wiedergewählt. Unser Regierungsprogramm haben wir beschlossen. BOVI hat in Bremen die Wahl gerobbt. In der Türkei war man noch ein Wahlergebnis und es war Muttertag. Ja, flott geht's los in der Woche. Gleich geht's zum Zug nach Rostock. Da besuche ich die Marine. Was ist die Woche trotz Feiertag noch so los? Ich bin mal kurz im Rathaus Bamberg. Da gibt's mal wieder 15 Millionen vom Bund. Und zwar Förderung für die Sanierung des Rathauses in Bamberg. Ich werde bei der Post arbeiten wahrscheinlich. Ich werde mit Ronja Enders einen Betrieb in Ebermannstadt besuchen. Und ich freue mich auf einen sportlichen Nachmittag mit der Jugendgruppe Crossover aus Forchheim. Da werden wir nämlich Bowling gehen. Also ihr merkt, volles Programm. Diesmal auch ein bisschen sportlich. Und ich tue auch mal was Richtiges arbeiten in dem Sinne. Ich wünsche euch eine schöne Woche.